Musik 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 Oh, der gibt faul! Ich spiel nur den Ball! Ich spiel nur den Ball! Ich spiel nur den Ball! Dieses Scheißspiel kann die Länge nicht! Musik Oh Mann, mich ärgert das super, aber das war nie und immer ein Faul! Ich hab alles richtig gemacht! Genau, genau, genau! Ja, das passt auch, aber mich nervt das! Bitte nicht! Musik Das ist unmiss! Nein, Adler, du Schwachkopf! Promotional-Torwart-Adler, hat sich das Ding gerade selbst reingehauen, ne? Musik 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 Hurricane Country, kann man sagen. Im Folie auch gerne Schizzle-Minizzle genannt. Schizzle-Minizzle. Und der Herr an meiner Seite, ihr wisst schon gar nicht mehr, wie er aussieht, weil er so selten bei uns ist, weil er so viel arbeiten muss, ist der Mann, der immer seinen HSV-Trick vergisst, aber dafür einen schönen Schal hat. Ich komm direkt von der Arbeit. Wir sind heute zurück mit einem etwas abgewandelten Konzept. Einfach, weil wir beim letzten Mal verloren haben. Und wir haben die Schnauze voll, immer 2 gegen 1 zu spielen, weil wir das Gefühl haben, dass, wenn einer spielt, einen kleinen Vorteil hat. Wir steigen jetzt auf die PC-Version um und spielen wirklich 2 gegen 2. Das heißt, Onkel Pape und Stevino fangen heute eine 2-and-2-Koop-Season an. Wir haben beide trainiert, wir sind fit und werden das Feld wieder von hinten aufrollen und dann mal richtig Gas geben. So richtig Gas geben. Also heute, wir haben uns auch jetzt abgesprochen, dass wir jetzt immer Hamburg und Werder abwechslend spielen wollen. Einfach, damit es auch ein richtiges Nordderby ist und mit den guten Mannschaften kommen wir eh nicht so richtig klar, weil wir pfeifen sind. Das Problem ist natürlich, dass man auch gleich starke Mannschaften finden muss. Wenn ich das ab und zu mal mit dem guten alten Bono schön groß an dieser Stelle nachts trainiere und wir nehmen mal Mainz oder Werder, kriegen wir ab und zu keine Gegner, weil es ja, ne, 2-and-2 ist natürlich nicht so überbreitet wie 1-and-1, aber wir versuchen unser Bestes. Und wir wollen Werder und Hamburg spielen und sonst nehmen wir Arsenal oder Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt. Die berühmte Eisenhüttenstadt. Ja, lieben, dann würde ich sagen, legen wir los. Eine weitere offizielle Season des Nordderbys. Hoffentlich ohne Fehlentscheidung, weil allein gestern Nacht habe ich mit Boronu gespielt, was da wieder alles gepfiffen wurde. Ich bleibe dabei, dass der Schiri in FIFA dringend mal KI-mäßig überarbeitet werden müsste, aber ich werde mich heute zusammenreißen. Wir haben da hinten Fernseher aufgestellt, ich habe ein Pad, ihr wisst ja, ne? Nein, wir fangen an. Und jetzt kommt die fünfte Season des Nordderbys! Das ist kommentieren und liken, wenn ihr wollt. Bitte? Kommentieren und liken, wenn ihr wollt. Hab ich schon lange ausge... Nein, das lässt jetzt drin. Das lass ich drin? Ja. Gut, also kommentieren und liken, Daumen hoch und alles. Bis gleich. Achtung. Jawoll! Oh! Ne, unten. Ja, mein ich, ja, gut. Freistoß vor uns. Ja, Freistoß. Lauf, 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 lauf! Ja, ich mach grad nichts! Oh, ich mach den rein. Ah, du und mach den rein, kenn ich, ey! Da musst du da auch hier lachen in der Regie! Mach ihm doch! Nein, ich mach Flughafen bei ihm, das ist nicht vorbei! Irgendwie ein Pershing, echt, liegt der in den Strafraum. Oh, Alter, ich dachte grad, da ist keiner mehr. Hab ich auch gedacht. Ja, ich drückte auf... Jetzt, jetzt! Nochmal! 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 Da! Pape! Ja, ich kann nicht! Ich kann nicht bis nach Meppenköpfen! Warum denn nicht? Das ist deiner! Nein, warum denn nicht? Hol dir den Ball einfach mal. Ich hab ihn doch. Fast. Schön, Pape. Gute Grätsche. Grätsche, ne? Weißt du? Ich bin Grätsch. Ja! Ja! Ja, Pape! Jetzt! Bitte! Ach nein! Schieß! Schieß! Bitte! Achseits! Was? Warum? Nein! Wie schlecht! Wir haben so viele. Einer muss den haben. Ich. Du hast den. Ja, wir kriegen noch ein Eindruck! Ich! Vielen Dank für die Blumen! Pappe, du hast ihn mit deinem Kinn gestoppt! Mit deiner Backe, ey. Jawoll! Weg, weg, weg! Oh, ist noch schlechter. Oh, das ist fast Torschuss. Das ist ein Problem. Nicht gegen Militz, das letzte Spiel ist echt gut gespielt, Manu. Ja, okay. Pappe, was zur Hölle machst du da? Oh, ey! Okay, du kannst ihn jetzt... Ja, du läufst. Oh, ist das schön! Nein! Pappe, sag mir bitte, dass du den nicht vergeugt hast! Ich zieh drei Leute auf mich, du stehst alleine, Alter! Sag mir bitte, dass du den nicht vergeugt hast, ey! Oh, sorry, ey! Alter, das Tor ist leer, ey! Die hätte mal ne Katze reingemacht! Das ist ne Lüge! Du bist ne Chancen-Tot! Nein! Noch schlimmer als ich! Oh Mann, ey! Den haut da noch an den Keeper, der am Boden an der Ecke liegt, ey! Jetzt verlieren wir das Streitspiel 1-0! Oh, Junge! Oh, hab ich gewonnen! Habe... Er hat mich getreten! Er hat mich geschoppt! Er hat vor allem getreten! Oh! Den hast du? Den hat keiner! Nee! Und war klar! Ich wusste es! Es ist immer so! Es ist immer so! Es ist immer so! Es ist immer so! Und es ist immer so! 90. Wieder so durchgelackt! Wieder irgendwie fünfmal abgefälscht! Pisse irgendwie! Nix verdient! Einfach nix! Irgendwie! Fünf Leute von uns! Der Ball kommt natürlich zu ihm! Das ist FIFA! Das ist FIFA! Okay! Letzter Angriff! So ist FIFA und so geht es schon seit elf Saisons bei uns! Das hat richtig weh getan! Ja, richtig! Schuhen! Das sind der Socker! Nein! Wie viel? Schien! Ja, nein! Wie viel Pech will ich schon wieder haben, ey! Ich hau ihn ans Land, Dreieck! Come on! Ja, nein! Ich babbel! Jonathan! Ja, endlich! Jonathan! Ta! Come on! Das haben wir auch verdient, ey! Come on, Hamburg! Und ich hab mit HSV-Ferns gejubelt! Die Ecke war übrigens ziemlich gut! Oh, guck mal, wie ich den schon! Bam! Und dann sag ich mir, Jonathan! Zwar Trapp ist 2018 verlängert! Mach ich ihn rein! Komm jetzt! Eins machen wir noch! Oh! 16- Xuanz! Warum besteht da keiner.... Skins aus, Skins aus, Skins aus! Nein, der war aus! Hab ich voll klar gesehen! Oh nein, Papi! Ja, Papi! Gut! Gut! Weiter! Boom! Papi, vorsicht! Das mein ich mit Vorsicht! Ja! Papi, vorsicht! Oh, bitte! Nein! Nein! Wo schießt du mich denn an? Weil du im Weg standst. Nein, Babels haben wieder so schönes Spiel von uns, ey. Und jetzt kriegen wir wieder das Ding hin. Nein, nein, nein. Du bleibst in der Mitte. Ich bleib in der Mitte. Oh nein, das ist Digmeier. Der ist schnell. Der bricht sich beim Laufen das Genick. Achtung, das ist Kalamuten. Oh, der wird mit dem dafür nicht schießen. Was denn? Ach, wie Pussy ist das? Vor, vor, wo? Nein! Fuck! Au! Ja, komm und, Jack. Blink! Egal was du machst. Mach es richtig. Mach es richtig. Naaa! Naaa! Außen! Hab ich gedrückt! Hast du die Gerätschecke gesehen? Gut, gut, gut. Du bläufst mir ernsthaft. Ich war das nicht. Doch. Nein, nein, nein. Der Mann hatte nicht meine Farbe, Kollege. Das kannst du mir nicht ansehen jetzt. Oh, Jonathan. Papa, komm hoch! Oh, ey! Ich weiß es. Ey, der Stein. Oh, ey! Oh, ich heiße Jansen. Und ich will Nationalspieler sein. Ruhe! Gut, jetzt, Papa. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Nein, doch nicht. Es sei denn, er verguckt es jetzt. Ich stehe ihm abseits. Bitte nicht. Aber der nicht! Aber der nicht! Und ich bin oben! Nein! Was wir für eine geile zweite Halbzeit gespielt haben. Wir haben ja nicht belohnt dafür. Das finde ich schade. Komm mir entgegen. Links auf dem Flügel. Jetzt! Ja, nein. Warte, ich mach das nochmal. Nein! Doch! Ah! Ah! Ja! Ich kann meine Arme mit einem spielen! Ich kann meine Arme! Das gibt es doch gar nicht! Pappe! Nein! Warte, ich bin Dietmar. Ich bin Dietmar. Ich bin 1000er. Du hältst mich auf. Nein! Nein! Agra für Deutschland! Ich kann nicht glauben, dass wir dreimal in der zweiten Halbzeit den Posten getroffen haben. Dreimal! Wie viel Glück kann der haben? Wie viel? Wir müssen Kopfball überlegen. Ja, ich weiß. Jetzt kriegen wir das 2-1. Nein! Ich bin Juru! Und du bist... Evangelisch! Nein! Ah! Schade! Ein Punkt! Überdient hätten wir 2 aufgrund der zweiten Halbzeit. Ganz ehrlich, ey! Jonathan! Wer sind wir denn von den beiden? Wir haben ja wohl nicht 2 Schüsse aufs Tor gemacht. Wir haben ja dann 3 Mal den Pfosten getroffen. Das ist ja auch möglich! Schööööööön! Miete! Du selber! Oh! Ey, da ist eine Frau im Tor! Da ist doch eine Frau im Tor! Das ist nicht gerecht! Da schieß ich doch nicht so hart, als wenn da ein Mann im Tor wäre! Oh, nein! Da ist eine Frau im Tor! Wieso krieg ich den nicht? Da kannst du mir sagen, was du willst. Oh Mann, ich kenn den Keeper, der da im Fernsehen kommt. Du kennst Abt Mülövnev? Ja! Ich kenn ihn auch. Infaktiale ... Oh mein, schießt der wieder. Einmal zu viel Abnehmen gedrückt. Oh, Papp, mit, hoch, hoch, hoch. Ich lege ... Oh, ist das gut gespielt! Jaaaa! Ich lege weiter, ich lege einfach weiter, das ist gut gemacht. Nääääh, wie schmeckt euch das? Aber es ist Russland! Ich kann doch nur mit Mixern berücksichtigen. Oh, guck mal! Wie ich denke ... Ich lege ihn einfach weiter, das ist das geile Spiel, ey! Aber ich möchte auch mal kurz meine ... meine Flanke noch mal. Ah, super schön! Herr Großam, damit ... Alter, ich hab gegen eine Frau getroffen, jetzt muss sie mich schlecht fühlen. Oh, es geht schon weiter! Wieso geht es denn weiter, Alter? Ich wollte ihn auch schön feiern. Okay. Ja, sollte auch nicht hin, bin ich ganz ehrlich. Shooten! Abseits. Nee! Außen! Oh, ist das gut, Pappel. Shooten! Ja! Jetzt gehen wir ab, Mann! Ich sag, Pappel, das ist eine Kopfballtore. Ich sag's dir. Mit dir mach ich so viele Kopfballtore. Aber wird er auch butterweich. Ganz ehrlich. Ich mach Endtanz! Hör mal zu, meine Flanke war so butterweich. Der hätt so ein Stück Torte drauf abstellen können. Und ist ja stehen geblieben. Ich hab Endtanz gemacht. Guck mal, guck mal, guck mal. Aber der Pass von dir war auch großartig dahin, ne? Guck mal, wie ist so ein Butterohr. Und du ... Soll es grad das N-Wort sein? Nein. Eine Fuchsschwanz um ihrs Gesicht verdeckt. Hey, warum geht der nicht hoch? Du bist immer zu spät im Drucken. Ja! Äh! Was? Ja! So macht man das! Petersen ist ja der Geilste! Nach nem Zucker passen möchte ich. War der auch so beabsichtig? Ja. Nein. Du wolltest den oberen anspielen. Da wollte ich hin! Nein, da wolltest du nicht hin. Ja, vielleicht nicht. Sag ich doch! Außen! Yes! Du hast ja schlichtbehindert. Ja, das war sehr, sehr gut gesehen von dir, Pape. Ich hab nicht gedacht, dass du das siehst. Beziehungsweise, dass du da so uneigennützig bist. Ah! Sehr gut. 4-0. Das war aber ... Da haben wir sie wirklich auch einfach weggespielt. Die Russen. Ach, Fickten! Immer, immer! Immer, immer! Immer, immer! Mann, was macht der denn immer? Macht der immer das, was ich nicht will, Pape? Immer, immer! Bist du da? Ja! 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 Nochmal, der Sogert! Ja! Pum, pum, der Sogert! Ja! Oh, fuck! Keeper! Keeper, hört die Schnurze! Ja! Die haben unsere Kopfballschwäche bei den Eckbänden. Immer schon dagegen drin. Auf der Playdate hätten wir jetzt schon zwei ... Oh, spiel ihn bitte! Ich spiel's kein Abseits! Jetzt ist er Abseits! Aber weißt du, wer kein Abseits ist? Nein, doch! Läufst du da ... Schießen! Ja! Mit der Nummer neun Acker! Kananoglu! Also! Was soll das? Guck mal, was ich mach! Ich war ein Hund. Da hab ich richtig gut gelauert. Hast du die Grätsche gesehen? War gut. So, Pape, jetzt holen wir uns den Aufstieg. Tschalalalalala! 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 Scheiße! Stuttgaaaaaaart! Und das nächste. Doppelpass. Schieß, bitte mit Feinerfahrt! Nein, du! Ich! Hallo! Oh, Schiri, come on, echt. Oh, ist so stark, Pape. Foul. Rot. Gut gesehen von mir. Ah. Ja, wäre ich auch abseits gewesen, ist gut. Du kannst mich jetzt kurz schieben. Oh. Hinten. Oh. Schießen. Ja! Das ist ... Ist das der Aufstieg? Ja, das ist der Aufstieg. Jetzt haben wir natürlich mal die Uhr verkackt, ne? Oh, Mann, Pape. Mit dem HSV zelebrieren wir hier. Nein, 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 nein. Ich kann es noch nicht richtig genießen, aber ... Raphael van de Vaat. Van de Vaat. Raphael van de Vaat. Da, 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 da. Oh! Oh, das gibt's doch nicht, ey! Ey, den hast du auch grad ein bisschen gedrückt, ne? Oh! Wie in einem trockenen Furz hab ich den gespielt, ganz ehrlich. Oh, warte, warte, jetzt, jetzt! Ah! Das ist unser Ding. Butterball! Michel! La Succa! Dann hast du das Nase und mein Kopfbein gerade nachgesehen, da kommt die Flanke und dann ... Lag durch, lag durch! Oh, das war ich ja. Ja, aber ich hab's nachgestellt, ich hab's genau so gemacht. Weil die Flanke einfach so geil war, Flanke kann ich auch, wenn ich Platz hab, alter Schwede! Na, das bist du. Der kommt raus! Wir sind so blind, ey, ich muss halt 3-0 stehen schon wieder. Und jetzt kriegen wir das 1-1. Das ist nicht dein Ernst! Ich bin einfach ein Ochse, ich hab immer zu viele Gedanken im Kopf, du liegst da rechts, ich wollte ihn dir hoch vorlegen, weißt du? Ja, das ist mir scheißegal! Ja, mir auch! Hat nicht geklappt, ja, ihr sagt das so leicht, ich bin im 1-ge-1 nicht so stark. Absatz! Hä? Alter, haben wir zweimal Soße gehabt mit Sahne! Soße mit Sahne, wer kennt's nicht. Wir fangen uns noch irgendwie das Ding. Absatz! Jetzt lang rein! Das sagst du immer, und du verlierst immer das Kopfball, wie auch jetzt. Siehste? Oh! Oh! Warum gehst du denn nicht eigentlich? Warum bin ich das auf einmal? Ich bin da! Warum bin ich das auf einmal? Ich fang den internen Lauf hin, warum bin ich das? Ich schieß mit der Adler. Das war gut gespielt eigentlich. Oh! Du warst 10 Minuten weg, ey. Nein! Ne, bin ich blau oder du blau? Oh, bitte mit den drei. Ja! Durch die Hosenträger, ey! Da hat die richtige Ecke alles irgendwie. So lächelt, dass er nicht hält dann, ne? Also, das ist halt, weiß ich nicht. Ja! Ja! Ey, was soll das? Wir sind Meister. Ein bisschen glücklich, muss man sagen, diesmal ausnahmsweise. 4-2-2 haben wir gespielt heute, Pape. Sehr gut. Da ist das Ding! Da ist das Ding! Tja, ihr Lieben, wir haben es geschafft heute. Äh! Jubeln wir nicht? Ach doch, wir jubeln, aber das sah gerade so ein bisschen behindert. Ich war nicht so sicher, ob du dich streckst. Ja, das war eine Möschung ausweilig. Aber ich dachte, das kann ich schnell verbinden mit dem Jubeln. Ihr Lieben, wir haben es gemacht, gar nicht so schlecht gespielt. Oh, gute Kombination. Wie viele? Die zwei Spiele haben unglücklich verloren. Na gut, unglücklich, naja, whatever. Hilft ja nix, ne? 5. Liga ist ja noch nicht so was Besonderes, Koop-mäßig. Wir gucken mal, ob wir uns in den nächsten Seasons auch so gut anstellen, ihr Lieben. Das war irgendwie die erste Koop-Liga. Wir haben es geschafft. Wir haben auch die Trophäe geholt. Das wären auch meine letzten Wolle. Ja, richtig. Also, wir haben die Trophäe geholt. Herbert freut sich auch, sieht man. Und wir wünschen euch einen schönen Rest-FIFA-Tag. Trainiert schön. Und spielt Tour und Tu. Richtig. Haben wir ein bisschen nachdenklich jetzt gerade, ne? Ah, das ist einfach nicht ... Du bist immer noch drin in diesem ... Und heute nur mit Werder und dem HIV. Und jetzt klingt mein Handy. Ist das dein Ernst? Ja. Ich sag ja auch nicht. Hast du ihn geblieben? Doch, sagst du. Ja, sag ja. Ja. Tja, ich hab ein Tripo, du nicht. So, ihr Lieben. Nächstes Mal geht's weiter in der 4. Liga. Und dann wahrscheinlich noch mit mehr Aufregeln. Aber war ja heute wieder lustig. Und, ähm ... Jo. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Habst du noch irgendwas zu sagen? Kommentieren? Daumen hoch, bitte. Für unser Nordderby. Dann gibt's noch viele und so weiter. Und bald kommt ja auch hier Xbox One, PS4. Kann man uns auch mal angucken. Wird bestimmt toll. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau! Das ist los hier. Das guck ich mir an. 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 Vielen Dank.